der tag 2 und alles verschoben es ist ich ja leider ja guck mal mich hat ähm nur wegen so nem scheiß Apex-Fenster bin ich gestorben ich werde mich verarschen, ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit POP noch alleine bin ja, bleib ich sie nicht wir sind jetzt echt alle zu oder was? ja ich bin nur durch so nem scheiß Apex-Fenster gestorben, ich hätte ihn locker gekriegt ja, hey, so ein Apex-Fenster muss genau dann aufkommen, wenn ich auch n ganz weit ab jetzt mach bitte still, weil ich brauch Konzentration dann seid mal, dass ihr die Steps hört dann seid mal, dass ihr die Steps hört dann seid mal, dass ihr die Steps hört dann sind ja so viele bei mir da wird dann halt so ein SUV, der war doch halt der mitverkommt halt direkt mit nem Strider zu mir ne? Ach du den Kader im Ernst getasert? Darf ich endlich schon neu spawnen oder nicht? Ja Alter Es ist halt Schwachsinn Warte mal kurz, bin mal kurz weg User left your channel User left your channel User left your channel User left your channel User joined your channel User left your channel User left your channel User left your channel Ja, die lachen zwar nicht mehr mit dir Man kann doch nicht mehr mit den Wegen Ja Es sind alle tot, das wissen die hoffentlich Ja, die haben jetzt genug Geld Und wenn? Weiß es nicht, ich glaub's aber nicht Vitter noch stück 5. Regroup. 3. Rally up! Wir sind jetzt wahrscheinlich in Ruhe. Ich weiß halt nicht ob wir jetzt die an dem Goldschweiler noch abfangen dürfen. Mal kurz nachfangen. Wo soll ich fahren? Polizei Akku. Aber ich hab gelusst irgendein helfe ich. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 3. Return to formation. 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 3. Rally up. user joined your channel user joined your channel was sollen wir jetzt hier machen oh grab them up a a a a a a a a a Ich hätte da mal ne Frage an dich. Frage wer hat er? Könntest du uns irgendwie höhere Rängen machen, weil wir stehen hier am Polizeiapprohne Fahrzeug. Oder zumindest den Polizeiapprohnen hier hinten zu den Anwärtern bitte. Könntest du den Fahrzeug auspacken, weil, wie gesagt, da hat kein Fahrzeug wissen, wie er hier wegkommen soll. Warte mal, natürlich, ich muss ein bisschen höher setzen einfach. Können eine Bolognese bilden und dann so durch die Stadt laufen, aber ich glaube nicht, dass das jemand mitmacht. Erstmal Funken, brauche ich erstmal eure Funknummern, wie so mal. Meine Funknummer ist, warte. Ich glaube, meine ist P90. Warte. Meine ist 19, glaube ich. Also ich habe 19 eingetragen. Ne, ich habe 20. Meine ist 04. Nein, hire. Meine ist V Die cura, ja. Meine ist Proskauer. Wir dürfen Forskauer und Martin sprechen. Ich rede mal auf die Vier. Für mich nicht bin ich ihr. Ja. Vielen Dank.